Ich spiele jetzt Once I Loved von Antonio Carlos Subim und ich habe das Stück ausgewählt, weil ich ja mit Bossa Nova aufgewachsen bin, Bossa Nova sehr toll finde und mich hat die Aufnahme von Ken Ball Adelie von Once I Loved sehr beeindruckt und deswegen habe ich das Stück ausgewählt, weil ich es sehr bewegend finde und toll finde. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020